Hi, ich bin Jola Schwarzer, 25 Jahre alt und stelle euch hiermit die Mehrwegverpackung für Pflegeprodukte vor, die ich entwickelt habe. Allein in Deutschland werden 12 Millionen Verpackungseinheiten im Jahr entsorgt und das muss nicht so sein. Wir können Material sinnvoll einsetzen, indem wir es immer wieder nutzen und nicht als Abfalletikettieren. Wir haben eine Verpackung, die nur geliehen wird und immer wieder neu verwendet werden kann. Das heißt, du kaufst dein Pflegeprodukt in der Verpackung und zahlst ein Pfand und nach dem Verbrauchen des Inhaltes kannst du die Verpackung ganz einfach zum Laden zurückbringen, sodass sie zum Hersteller zurückgeführt wird. Dort wird sie gesäubert und dann wieder neu befüllt und zum Laden gebracht. Somit schließt sich dann der Kreislauf. So gut wie jede Art von Pflegeprodukt findet in der Mehrwegverpackung einen Platz. Es gibt verschiedene Größen und sowohl für flüssige als auch feste Pflegeprodukte eine passende Verpackung. Das heißt, es kann die feste Handseife sein, aber auch Lotion, Shampoo. Als Produzent platziert man sich ganz klar als Vorreiter, man will sich nachhaltig engagieren. Ich wünsche mir, dass das Mehrwegsystem flächendeckend etabliert ist und viele ein Teil davon werden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.